Was hast du denn mitgebracht, Woche? Ist das ein Spanner? Ja, eine Kraft. Surprise! Yeah! Danke, Wolfgang. Ich hab das Polypank jetzt erstmal zu Hause gelassen. Wir können uns heute also nicht polypank. Das ist doof zu tragen. Wer ist doof? Das ist doof zu tragen. Warum das denn? Weil es voll ist das fast. Echt? Der steht immer unter Strom, der Kerl. Elektriker. Ja, das ist mein Beruf. Elektriker. Der ist das. войnt. Halt! 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 Halt!